Was ist das Phänomen, dass viele Probleme, die vielleicht in der Stadt existieren, durch die Aktivitäten zum Thema werden? Und bis dahin, dass zum Beispiel so ein Highline Park aufgegriffen wird und modifiziert wird, gestaltet wird. Ja, ja, ja. Yes, the Highline Park is built on an elevated railroad. And it's very long, 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 thin and long. And it's a huge sensation. People in New York just love it. And it represents a little bit of the contradiction that Central Park did when Central Park was built. Central Park was, on one hand, this fantastic public work. It was also a conspiracy to raise property values in Uptown New York. You know, it had both effects. It was good for the people. And suddenly, you know, the Upper East Side is worth a fortune because it's around a park. And the Highline is a little bit similar. It has made that neighborhood, the Meatpacking District, into this incredible high-rise condo-ville, where the studio starts at $3 million, and yet it's full of people, and anybody can go. There's no admission. And you see all kinds of people. It's not just for rich people. They planned it. They consciously omitted anything that would appeal to poorer people. There's no parade grounds. There's no ball fields. It was a park for the rich. And if anything, the Highline is less so. It is not built to exclude people of certain classes. So, you know, fuck Central Park. I'm all about the Highline. Als Highline Park entstanden ist, und Sie haben das ganz kurz gerade auch erwähnt, da gab es von einem bekannten Architekturtheoretiker in New York, der heißt Michael Serkin, der hat sofort gesagt, an dem Tag, an dem Highline Park entstanden ist, es verändert wird in ein Park, da entsteht, passiert Folgendes. Entlang entstehen Galerien, Hotels, Wohnungen, sehr teure Wohnungen. Und es gibt, glaube ich, oder es gibt die These, dass dort auch eine Art, ein Begriff, den wir inzwischen auch immer wieder erwähnen, eine Gentrifizierung stattfindet wird, die dann natürlich die Gruppe, die da zuerst hingegangen ist, und so weiter und so weiter, aus diesen Quartiering hinaus bewegt. Was ist das für ein, wie sehen Sie das? Ja. Was passiert übrigens mit denen, die da gewohnt haben? Und die Arbeit? Was passiert, was passiert? Ich glaube, das ist wirklich so. Was passiert, was passiert? Das ist wirklich so. Was passiert, wo ein paar Mal in den trybenden Gottes übertragen Es gibt, und ich denke, es ist nicht wie beim Berliner es nicht zu vergessen. Ja, es ist wahr. Und sie werden cool und dann die Rents gehen und dann die Leute gehen weiter und weiter. Ich denke, das ist ein Problem. Ich denke, die High Line ist ein sehr guter Punkt. Denn, ja, da sind expensive Hotels und High Rises, aber auch ein Block weg sind große Projects. Subsidiert housing. Sie haben sie nicht verloren. Und diese Leute können zum Park gehen. Zwei Blocken. Ich meine, diese These existiert ja, sobald man in einem bestimmten Quartier bestimmte Instanzungsmaßnahmen durchführt, veredelt, das hat dann eine andere Auswirkung. Nämlich, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen aus dem Gebiet... Oh, ja, ja, ja. Ich live in New York. Und ich finde, dass die Nachrichten, die ich in die Nachrichten habe, die ich in die Nachrichten würde, sind jetzt nicht wert. Ich denke, es ist Zeit für eine wirkliche Reckless-Crackpot-Theorie. New York, through gentrification, is disappearing up its own asshole. New York in the future will be about finance, about marketing, and the great American city, the quote-unquote great American city, will not be New York, but Los Angeles. Sie haben gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, das finde ich interessant auch. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mich in eine andere Zeit zu beamen, würde ich die 40er Jahre wählen. Da war New York großartig. Ja. Als alle in die Clubs in Harlem gingen, überall das zu hören war. Und dann sagen sie, das finde ich ganz spannend. In 50 Jahren, sagen sie, fürchte ich, wird New York ein Freizeitpark sein, eine Nachbildung seiner selbst. Das ist es ja jetzt schon immer mehr. Gehen wir bloß mal zu Times Square. Gehen wir zu Times Square. Das ist nur noch eine Imitation des Times Square. Die leuchten überall Lichter, aber es gibt keine Nutten mehr, keine verzweifelten Gestalten. Dabei ist New York doch auf monströse Art schön. Diese schreckliche, schwierige Schönheit, die ist mir die liebste. Das müssen Sie wirklich jetzt mal sehr breit und sehr klären. Das ist ein Foto. Nein, in fact, one of the things I love about New York is its kind of jagged, sinister quality. It's not Paris, it's not Vienna, it's not easy to love. It's that sharp, spiky, often ugly city that defies you to love it. And in loving it anyway, I think there's something very powerful. Is New York fertig? Do you think that New York is? Cities rise and fall and rise and fall. Istanbul now is not the Istanbul of 20 years ago. London is not the London of 20 years ago. And you never, you know, it's cycles. And I do think I got a little hyperbolic about New York being finished, but I don't think New York is in its prime right now. I mean, I don't think, a city is not only a living thing, it's a thing that has a very long life. We live to be 80 or 90, a city can live to be 2,000. And it changes many times. It goes and it comes and it comes and it goes. And I don't think one should give up on any city, or for that matter, most people. Though I can name a few I've given up on. One quick thing. It feels like part of what's been so interesting to me about talking this hour is how clear it is that a great city is so complicated that you cannot say it's a beautiful city, it's an ugly city, it's a fair city, it's a cruel city. And I think both Berlin and New York are great cities, in part because there's so much you could say about them. And it's all true. That's true. I would like to ask a question, which is actually... Do you write about New York again? Oh yes, because I live there, because I know New York. No, because part of what a writer does, a novelist does, is we're actually part of the historical record. If you want to know about Russia in the 19th century, you read histories and biographies, but you'll also read Chekhov and Tolstoy and Dostoyevsky because they are the ones who set down what it was like on a Tuesday in Moscow in 1857. And the historians will tell us about Napoleon's siege of Moscow, which didn't go well. the novelist will write about the soldier who froze to death that night. And without the novelist, that soldier is gone. Without the novelist, the flavor and the smell and the moment of the place is gone. We're actually recording that. I thank you all for being here. Yeah, I thank Alice for being here.